Damit herzlich willkommen zurück, Folge Nummer 10 und wir machen direkt weiter. Verlassener Krehstützpunkt. I have not seen him emerge. I'm rude. We should give Rocket some space. Okay, let him be for now. Fine. Well, Rocket is in no shape to guard Nebula. Someone's got to stay back and keep an eye on her. I will stay behind to guard the prisoner. Um, hang on. No, you won't. I am not leaving him here with her. You heard him before. He wants to rip her apart. I did say that. She's my sister, Drax. I trust Drax. He's not gonna let anything bad happen. Right, Drax? Come on, help me out, buddy. How do you define bad? You're the one who told me to reconnect with her. Now that she's here, I deserve that opportunity. Ja, aber ich wollte Drax auch einen Grund geben, mal was zu tun. Your record on that matter is questionable. Ähm, Mist. Oh Mann, ey, Spiel, ich hasse dich. Eigentlich hat Nebula recht. Äh, Gamora hat recht, die sollte Nebula bewachen. Aber ich wollte halt für Drax auch was tun, dass er eine Aufgabe hat. Und ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt sage, Gamora bewacht sie, kommt Drax dann mit uns mit oder ist der wieder pisst? Und ach, man kann hier im Spiel eh, macht das immer falsch. Das weiß ich, das ist zum Kotzen. Komm schon. Ich wusste es. Ach, ist das zum Kotzen, ey. Mann, ey, warum, warum? Aber wieso muss das Spiel denn einen immer vorgaukeln, dass es gibt nur schwarz oder weiß, man kann nichts richtig machen? Fuck you, Spiel. Find mich in dem Tempel. Let's go find out who's waiting for us. Ah, Mann, ey. Fängt ja gut an, die Folge, fängt gut an. Speicher, Speicher. Wie gesagt, ich versuche die Gespräche nicht so oft zu unterbrechen, deswegen ist das auch ein Let's Play, wo ich ein bisschen ruhiger bin, genau wie Final Fantasy X, die, wo ich Action machen kann und labern kann ohne Ende. Die Let's Plays, die kommen noch. Aber hier ist die Story einfach zu wichtig, als dass man die ganze Zeit ununtersprochen spricht. Dafür gibt es ja diese tollen Ladebildschirme. Und mein PC hat sich scheinbar in der kurzen, paarsekündigen Pause nicht wirklich gefangen und arbeitet richtig hart. Wahrscheinlich läuft im Hintergrund wieder ein ganz tolles Windows-Update. Ach, Mann, Windows 10, ich hasse es. Vor allen Dingen, seitdem man darauf keine alten Spiele mehr spielen kann. Jetzt komm doch mal aus der Pötte, du hast doch vorher auch nicht so lang geladen und wir waren schon mal am Tempel, Mann. Is it true, ey? Ich schmeiß dich gleich aus dem Fenster-PC. Schnarch. Schnarch. Die FPS-Zahlen sehen jetzt auch nicht so geil aus. Jetzt kommt langsam was. Ah, fertig geladen. Junge, Junge. Leck mich fett. An dem schnellsten Fahrstuhl aller Zeiten. Ich erinnere mich, wie schnell dieser Elevator war. Ich mag nicht, zurück in diesem witzigen Ort zu sein. Nun, das ist kein Feld-Trip-Trak. Die Markungen auf der Forge sagten, find mich in dem Tempel. Also, hier sind wir. In einem Tempel. Wieder. Ich kann euch jetzt eh schon sagen, was passieren wird, wenn wir wieder aufs Schiff kommen, hat Nebula irgendwas gemacht. Drücke R3, um den Sidescanner zu abtünnen und den Piloten zu orten. Ach, schön. Schade. Wir können mit Rocket nicht mehr reden. Die wird doch eh weg sein. 100 Pro wird die weg sein dann gleich. Was genau ist R3? Seit wann gibt's an dem Xbox-Controller R3? Oh, crap. Was she doing here? Star-Lord! It's Hala! Oh my God! Oh God! Why? I saved you. That was a hologram, you big dope! Look! Why did they go? They went up. Hä? Funktioniert nicht mit R3. Den drücken wir mal jetzt noch nicht. Okay. No button on this one. Ah! Hey! Looks like some kind of button. Okay. Welche war das jetzt? Die ohne Kopf. Oder die mit Kopf? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Ähm, da muss ich doch wieder nach unten, oder? Kann ich jetzt mit dem anderen reden und denen Bescheid sagen? Was ist das? Looks like Thanos' armor. Didn't exactly protect him. Good. It is a comfort to know the Mad Titan was mortal after all. Da wollte ich doch gar nicht hin. Willst du mich verarschen? Also das weiß man manchmal selber nicht so ganz, was das... So, Groot haben wir auch. Da hoch können wir nicht, ne? Doch. Und dann geht vermutlich die Tür dann hier auf. Okay, ich glaube jetzt dürfen wir alles haben. Können wir denen jetzt sagen, dass wir die Zeit gleich aktivieren müssen oder wie sieht das hier aus? Sehr wahrscheinlich ja, aber... Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Hey, du bist noch nicht so schrecklich über mir wählen die Gamora in eine Nebula-Garten? Du hast mir erklärt, was deine Reise zu mir und ich werde das akzeptieren. Das ist genug. Okay, gut. Ich denke... Let's not forget why we're here. Have you found anyone yet? No, but I have seen fresh footprints in the dust. Yeah, I've seen them too. Let me know if you notice anything else. Let's get back to it. Red ich grad noch mit... Ja, du bist so nützlich. Die sitzen einfach nur da, aber ich verstehe natürlich die Spielschirmmechanik. Ja, mit Groot reden ist natürlich jetzt schwierig. Hey Groot. Hey Groot. Have you seen anyone around who seems like they might know what an Eternity Forge is? I am Groot. I am Groot. Oh. Something over there I should look at? Well, thanks Groot. Last time we were all in this room, you really kicked some Thanos ass. Thanks for that. I am Groot. Yeah. I feel you buddy. Hey. You think I chose the right person at Guard Nebula, right? I am Groot. Right. Thanks, pal. Keep up the good work. So, aber das hier haben wir ja schon angeguckt, oder? Okay, er weist uns auf das hier hin und der andere auf die anderen Fußspuren. Aber an sich nix besonderes. Wir sprechen grad nochmal mit Trax, damit ich jede Option hier durch hab. Hm, 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 hm. Können wir ihm jetzt sagen, dass er wieder zurück soll? Ach, das sind nur... Ich geh wieder. Wir konnten ihm doch vorhin sagen, geh wieder hoch, oder nicht? Wie er klettert. two three what happened you went early no I didn't one two three go I was waiting for the goal fine one two three go and it's Christmas What the hell? Stimmt. Stimmt. This actually mean anything to you? Hmm... No. But I like the skeletons. Oh! So she was touching the mural when she reached through the wall. You are so smart, Peter. Dann drücken wir das jetzt auch mal. Ähm, 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 ja. What the hell is this schon wieder? Seltsamer Projektor. Im anderen Let's Play, das ich mal geguckt hatte, nur um mal reinzuschauen, was ungefähr passiert, war das hier alles an einem anderen Ort. Krass. Und hier... ...is where Hala failed. No Eternity Forge, no prize. Here goes nothing. Okay. What does it say? Hang on. Let's see if Nebula Cipher was worth all the trouble. The Eternity Forge resides here, pending such time as it can be wielded responsibly. Until then, she shall remain entombed across the galaxy. Huh. So, this is not the correct temple? We came here for nothing. Hang on a second, there's more. Oh, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö 100 Brust, die abzuhauen. Fly by Night, neue Errungenschaft. Joa, aber Rocket macht mir Angst. Rocket macht mir Angst. Und jetzt wurde ich aus dem Spiel geschmissen. Willst du mich verarschen? Bis zur nächsten Folge. Ciao. Copyright Untertitelung des ZDF für funk, 2017